ja die sie ist fertig fertig zusammengebaut deswegen hatten sie mir das auto zerlegt das armaturenbrett wurde lackiert und ein teil vom lenkrad aber nicht nur das sie wurde von außen und ein bisschen was drin gemacht zwar haben wir jetzt auch posi lampen vorne und hinten und auch da oben fünf rote lampen deswegen war die sie zerlegt weil ihr habt euch ja schon gedanken gemacht warum und weshalb und ich habe schon gedacht ein unfall nein kein unfall so von vorne hat sich bis auf die gelben nibel nichts verändert so die sie und ich starten gleich nach kiel und dann nach frankreich so ist das und euch wünsche ich einen schönen abend und schönen wochenstart